um okay gut als nächstes geht es für uns weiter weil wir wollen uns noch ein item zu zweit und sohn oder ein item zu zweit? und zwar ist das das... das könnte ein bisschen sein, wir wollen noch... naja genau, das war richtig, ok und zwar... die Frage ist, welches ist denn das? da gut, er fängt einen Doppelkampf hier so, du und du so, es hat bloß bis hier, das ist der Jim gut ab, danke zur Leistung mein Name ist übrigens Murimoto auch wenn so starken Trainer wie dich habe ich mir wieder gewagt na, es ist lust auf dein Kämpfchen gewinnig, das heißt, wie du bist Mummas das ist, wenn ich höre, ich bin bereit, Murimoto lädchen auf vollem Turn gut, Murimoto von Genshi, also Genshi... so, fangen wir an fangen wir an Okay, sie facken beide. Ich glaube, sie ist auch schauker. Hundertprozentig, sie ist ja ein Rasier. Und sie ist auch gar nicht so gut. What the fuck? Hey, die haben wir nicht mehr. so Ich habe einen Picaboo. Geh. Was? バリエットかな Ich finde es voll Ich bin gerade ohne es raus Ehhh, ist alles organisiert ich habe hier mal schalzwein diese Klappe die ist auch Rambot und die ist ja eben ok weil ich sollte hier runter gehen Ich weiß nicht, ob er nicht ist. Ich weiß nicht, ob er nicht klappt. Ich bin nicht mehr oder nicht. Ach ja, die Scheiße ist nicht reich. Die Feuertippe. Die Feuertippe ist nicht reich. Okay. Ich bin nicht mehr oder nicht. Ich bin nicht mehr oder nicht. Ich bin nicht mehr oder nicht. Somehow, andere oben gehauen. Rauche ichOME nicht. Glauben wir das nicht. Was nicht garer der Feuertippe will ich? Ach ja. Ach ich muss nicht. So, dann müssen wir das leveln. Das Pokémon ist 1, 2, 3, 5! kann ich einscher natürlich ich habe einen ja das ist kein Ja, das ist gut. Zwei Worte Zwei 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 So, hier geht es noch so. Ich hoffe, dass ich meine Tore jetzt rauchen kann. Natürlich. Ich hoffe, dass ich meine Tore wieder rauskomme. So, hier kommt es ganz klar. Ja, dann hat er auch ein bisschen mit dem Maxi-Gerad. Macht ihn alles weg. Ja, macht das nicht. Ich werde gerade noch 2. Ich kann nicht klar. Ich kann nicht mehr auf die Lüge. Ich kann nicht mehr auf die Lüge. Ich habe den Mund von 4. Ich bin ja auch schon bei 3. Die Lüge. Ich kann nicht mehr auf die Lüge. Das war's für heute. Ja, okay. Das war ein Gegner, der nicht... Ich guck dir, dass er nicht da war. Ja, das ist dann wieder. Ja, ja, das ist es. Komm. So. Gut. Dann wollen wir es werden.